Was ist die Intergeo? Intergeo ist eine der weltgrößten Messen für Geoinformationswesen und ich glaube mit Inspire ist in Europa jetzt ein Motor geschaffen worden, Geoinformationswesen nach vorne zu bringen. Wir wollen auf der Inspire-Konferenz wirklich verschiedene Fachleute zusammenbringen. Auf der einen Seite natürlich die originären Geoinformationsfachleute, aber auch die Fachleute, die Fachdaten zur Verfügung stellen. Da sind die Statistiker, da sind die Umweltleute, da sind die Leute aus dem Sicherheitsbereich, aus dem Gesundheitswesen. Alle diese Bereiche greifen am Ende auf Geoinformationen zu. Wir sagen 80 Prozent aller unserer Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung beruhen auf Geoinformationen. Und diese verschiedenen Ebenen werden wir hoffentlich auf der ersten deutschen Inspire-Konferenz zusammenbringen. Mein Nachbar hat vor einem Monat zum 60. Geburtstag einen Rasenroboter geschenkt bekommen. Dieser Rasenroboter kann jetzt von ihm eingestellt werden, dass er nicht zur Mittagszeit fährt. Aber er fährt auch dann los, wenn es gleich anfängt zu regnen und er nicht fertig mähen kann. Die zukünftige Generation unserer intelligenten Geoinformationen vernetzt das natürlich mit Wetterdaten und er kann genau erkennen, dass er demnächst den Rasenmäher vier Stunden vorher starten muss, damit er vor dem Regen fertig den Rasen gemäht hat. Das stelle ich mir als simples Beispiel mal vor, wie wir in der Zukunft Geoinformationen mit Fachdaten so vernetzen können, dass jeder davon einen konkreten Vorteil hat und mein Nachbar muss nicht zweimal mit seinem Rasenmäher ansetzen. Von der Verkehrsleitplanung bis zur Entwicklungsplanung. Wo müssen wir Häuser bauen? Wo müssen die Verkehrswege? Wo müssen Schulen, Kindergärten? Also dafür braucht man immer klare Geoinformationen. Und die Kunst ist, dass wir diese Geodaten, die in den einzelnen Ämtern liegen, so miteinander vernetzen und allen zur Verfügung stellen, damit sie ihrer Entscheidung darauf beruhen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das bedeutet teilweise, Lizenzbedingungen müssen verändert werden. Das bedeutet aber auch, wir müssen wissen, wo welche Daten liegen. Dazu haben wir einen sogenannten Geodatenkatalog Deutschland erstellt. Dieser Geodatenkatalog Deutschland ist jetzt im Echtbetrieb und wird ständig weiter ausgebaut. Da kann also jeder nachsehen, gibt es zu meinem Thema, was mich interessiert, gibt es da irgendwelche Geofachdaten, die ich herbeiziehen kann, um entsprechende Entscheidungen dann treffen zu können. Heute hat fast jeder Bürger irgendein Smartphone. Und diese Smartphones benutzen Geoinformationen, um sie entweder zu einem entsprechenden Ort zu navigieren. Sie ziehen aber auch entsprechende Informationen. Werbung von Geschäften können sie heute genau lokalisiert herunterladen. Und in der Verwaltung, ich mache vielleicht den Beispiel Kindergartenplanung, da brauchen wir sichere Wege für die Kinder, die zu den Kindergarten gehen. Wir brauchen eine vernünftige Bauleitplanung. Wir brauchen Flächennutzungspläne. Wir brauchen Dinge, wo sind Schutzgebiete. Alles das sind Informationen, die braucht die Verwaltung, die braucht aber auch der Bürger, um Freizeit zu planen in diesen Dingen. Und die, glaube ich, die große Herausforderung für die Zukunft wird daran stehen, dass die Systeme, die Geodaten bereitstellen, miteinander kommunizieren. Klassischer Beispiel, wenn gleich mein Zug fährt und ich weiß, es ist ein Stau in Karlsruhe, dann könnte vielleicht ich früher gewarnt werden, damit ich den Zug noch bekomme in meinem Kalender. Da werden Fachdaten, Verkehrsdaten und Geodaten miteinander verbunden zu einem Mehrwert für uns alle. Schöpfe